Das ist schade, dass da nicht so eine Übersetzung die ganze Zeit dabei ist. Man spürt, die hat was Wichtiges zu sagen. Das ist eine Ärztin, die wäscht ihre Hände in Unschuld. Ich finde, die hat ein tolles Gesicht, eine tolle Stimme. Ich bin allein gelassen als Künstlerin. Dann können wir hier auch singen. Auch die Journalistinnen. Schwer muss so eine private Kasse selbstständiger wissen, was du da erstmal verdienen musst, damit die Krankenkasse allein ist schlimmer als die Biete. Ich bin gespannt, wo die landen wird. Ich glaube nicht, dass die Punkte kriegt. Aber die hätte einen Sonderpreis verdient. Doch, ich glaube, dass die Juroren Punkte bekommt. Weil viele von den Juroren sind selber Künstler. Und deswegen wird die viele Juroren Punkte bekommen. Weil sie ist ja auch ins Finale gekommen. Ja, das ist großartig. Der Obern hat den ersten vernünftigen Satz heute Abend gesprochen. 6 7 7 8